so da ist er ja schon wieder ich dachte du willst nur wadden diesmal aber wirklich wadfriend damn just so very pretty fair-skinned black fair-skinned woman in a big black skirt do i have to be someone as pretty as her for you ah it's kuro time mal sehen ob sie sich erinnert oh no way dude oh no way oh hier ist tote hose milu hat sich erinnert ja ach so danach okay hier ist nichts los die sind einfach nur offen aber hier ist tote hose i was shocked just now that woman definitely destined to be with me i bet she is mhm yesterday i saw something looked like a black feather i must be tired oh oh i think we've got customers is that kuro yeah dear hero and karon oh she remembers you remember us which means you remember what happened before i think so but it's shirou shirou is oh shit shirou is tote i see shirou doesn't remember so she went to the volcano okay never mind i can't believe it beric had had an eruption the other day are you saying shirou went there we weren't strong enough the last time it would have erupted if it wasn't for our hero so this time we asked the great sage to go to the volcano the great sage went there and it still erupted not only did i let shirou die but the great sage as well please help how can we i know it's bad of me to ask but we need the scales the power of a god thank you so much sorry milu but we have to cancel today's job i don't really know what's going on but if you can do something then you should go go and the dog can handle your job right let's go to belcade it's far away so be well prepared thank you so much endlich wieder heal und aura that's the good shit ja jetzt die frage wie kommen wir dahin wie sind wir das letzte mal dahin gekommen go to the bar hier toll da muss ich einfach mit ihr reden oder wasser die schickt uns dahin war macht ihr das ja direkt du jetzt ich weiß was ich jetzt probier to turn zu get fucked let's go turn two time to clear this okay 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 Ich muss Darkness ausmachen. Das geht hier nicht. Oh, Darkness ist aus. Okay. Das geht aber diesmal definitiv. Jetzt habe ich nämlich auch ein bisschen Buffs. Umsonst. Okay, Freund Urgeil geht nicht. Okay. Ah, ich kann nicht blocken, ich kann nicht blocken, ich hab, ich weiß jetzt wie der Fight geht, ich krieg das hin, jetzt kommt der Clear. Das sind Projektile die der Ballet, jetzt versteh ich auch den Angriff da, holy shit. What the fuck, war das schon wieder? Äh, muss kurz was antworten. So, okay. We're doing this. Oh mein Gott. Geintet. Selbst mit Kuro ist das immer noch schwer, weil die Angriffe so weird sind von denen. Okay. So, so. So, so, so. Das war's für heute. Drops gibt's hier nicht. Oh mein Gott ey. Es ist echt, es ist unironisch schwer. Also wirklich. Die AP ist mir an was die Frau, ja, ja. Ich hab ein bisschen gelevelt. Und jeder Skill in dem Game kann modified werden, Schaff. Es gibt zwei Versionen von jedem Spell in dem Game. Komplett wahnsinnig. Ich hab ein bisschen gelevelt. Ich hab ein bisschen gelevelt. Ich hab ein bisschen gelevelt. Oh mein Gott. Hier, ich kann dir kurz zeigen. Jede Waffe in dem Game kann so ein Brett bekommen. Und jede kann drei von den Brettern haben. Und auch die Skills da drauf sind unik. Und die modifien jeden Passive im Game. Und jeden Spell im Game. Theoretisch. Das Game ist komplett wahnsinnig. Das ist mehr Action-RPG als Path of Exile stellenweise. Es ist... Alle alten Items werden stärker dadurch. Oder halt neue. Und es ist komplett random. Ich muss die jugglen. Es geht nicht anders. Nur mit Juggle hab ich eine Chance. Das ist das, was ich. Das war's für heute. just a run boys just a run no fucking way dude oh no ich hätte einfach ruhig spielen müssen 5000 hp no way, 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 no way also funktioniert das, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt du hattest nicht okay, es tut mir leid man ich hab hardcore geintet oh mein gott das war, das war, oh mein gott egal, 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 es geht das wichtigste ist, es geht ich war nur gut angie am anfang sieht gut aus ja Ich brauche Mana für die Pattern. Okay, 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 we got this. Ah, fuck. Dude, ich war, ich hatte es fast clear. Anulis war auf 5k HP und ich bin gestorben und der Hero war tot. Ah, ich war, ich bin gestorben und ich bin gestorben. Oh mein Gott, fuck. Ich brauche mehr Stamina. Ich brauche mehr Stamina. Ich brauche mehr Stamina. Das ärgert mich. 5k HP waren 5k. Scheiße, man. Das war eigentlich clear. Ich brauche mehr Stamina. Ich brauche mehr Stamina. Ah, fuck me. Aber war schon wieder gut. War schon wieder besser. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ja, ich kriege das hin. Fuck. Fuck Jeep is my name, bro Oh my god Dieser Multi-Step-Angriff, der ist immer GG, wenn ich kein Stamina hab Es geht einfach nix Schon wieder Ah my god, what the fuck Käser ist tot, heute kein Update, ja Leben ist hart Ich glaub ich hab den Fight gebugged Hero, hero war oben Out of bounds What the fuck, von Oh my god 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 Die Scheiß-Options, Mann, aaaaaaahhh, der ganze Fight ist so schlimm, hoooly shiit. Ich verstehe nicht, wie ich es vorhin hinbekommen habe, Nidget, fuck, es hätte einfach clear sein müssen. Das ist so dumm, Mann, es hat geklappt. Also, es ist so dumm, Mann, aber ist so dumm, Mann, aaaaaahhhh, den K nasht, doch dann Oh, ich ärgere mich. Ich hätte keinen so guten Try haben dürfen. Jetzt will ich das Clear haben. Ich höre mich. Das war's für heute. Fuck meeeee Aber gut, er kann eh easy zugucken Okay, looking good, looking good Okay, let's go Okay, let's go Okay That is a Okay No My god, nein Gott, nein Not again Not again Not again Not again Hm Warum, warum choke ich immer am Ende? Was ist das? Yes Yes Hm 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 Das war's für heute. Oh! Let's fucking go! Holy shit, man. Oh, no way, dude. Die ganze Arbeit für einen Small Metal. Hydroponics. Defeat your opponent. Oh, not again. No way, dude. Oh, my God. Oh, my God. Ich hatte nicht genug Mana. Ich hoffe, das ist der Einzige. Dann geht das. Dann ist das easy. Wenn das die Einzigen drei sind, dann NP. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Moonlight? Danke schön, danke. Aha, okay. Doch nicht so einfach. Oh, okay. 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 Push Sumo! Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. 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 Scheiße, ich hab nur 3 Quibber, das bringt nichts. Was muss ich denn so machen? Error Waste, aber ist egal. Ich hoffe es ist nur einer und nicht zwei. Hm, was für ein Skill benutze ich da? Wer macht da viel Damage? Das kann ich nicht benutzen, das kann ich nicht benutzen. Maybe Angel? Lollipop? Okay. Random hit, I guess so. Oh my god, ich hab die Saves get injured. Oh my god. 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 Das ist scheiße. Da hat Käse sich gedacht, ja das ist ein sicker Fight. Das machen wir jetzt so. Oh my god. Oh my god. Moment, du hast cheese erwähnt. Oh my god. 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 Oh why. Oh. Da war also ein bisschen Winter, als ich glaube nie etwas hätte, mit einem und. Nice to tellen Shups. Ja das habe ich auch noch gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon in Arbries Center? Direkt eher niemanden Auflast harness. Der trifft nicht so, wie ich mir das vorstelle, ja? Anderer Stab? Welcher war denn das? Der hier, oder? Der hält den... Vermutlich. Oh ja. What the fuck? Oh ja. Oh ja. Oh no way. Oh no fucking way, duuude. What the fuck is this shit? Oh no way, man. Oh no way, man. Oh no way, man. Oh my god, das ist cringe. Das ist, das ist mal giga cringe, die Stage. Holy shit. Wie viel sind das? Okay, zwei Stück. Wow, okay. Okay. Na ja, zum Glück nur zwei. Das kriege ich hin. Ähm, ich zieh mir noch... Wait a second. Die haben... Oh, meine Double Jump Boots sind ja gebufft worden. What the fuck? The Possession skill Berserk changes into Fire Shower. Oh. 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 Und Fire Shower. Okay. Das klingt gar nicht so bad für hier. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist wie Lollipop. Ja, ja, easy. Easy clear jetzt, glaub ich. Meine Crew hier am Start. Ganzer Summon Haaren. Ja, 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 ja. Der Firestorm hält ganz schön lange. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Natürlich geht es so weiter. Final Fight. Als ob. Within the time limit. Bist halt Godgamer, Bon. Aber weißt du, Godgamer brauchen das nicht. Die normalen, menschlich-sterblichen, weißt du, die müssen alles benutzen. Was ihnen zur Verfügung steht. Increase all your abilities by 3% when there is no Squire. Was zur Hölle ist ein Squire? Follower. Good luck. Okay. Da, Maxwell. Increase all attack damage against weak... Ja gut, ich habe Follower an. Das bringt nichts. Das kann ich dann so lassen. Wo ist Berserk? Hier. Das glaube ich wird so nix. Ich genauer bin. Das abreubscribe. Ich werde das aufgelenkt. Wenn ich nur gegen die Hände sage, dann erst einmal zum Beispiel Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, no way. Wie viel sind das? Vier? Oh, fuck me. Okay. Hm, das DPS-Check. Okay, also Berserk brauche ich auf jeden Fall. Herculean Power brauche ich auch. Habe ich Magician? Habe ich auch. Herculean Power brauche ich hier nicht. Range, to be honest, auch nicht. Aber was soll ich da stattdessen nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das anmachen, I guess. Herculean Power brauche ich hier nicht. Okay. Okay. Herculean Power brauche ich hier nicht. Ich kann das anmachen, ich kann das anmachen, ich kann das anmachen, ich kann das anmachen, ich kann das anmachen. Zu langsam. Ach so. Oh mein Gott. Scheiße. Jetzt mache ich mir ja alles kaputt. Scheiße. 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 Das war's für heute. Es sollte jetzt genug Damage haben, es sollte genug Damage haben. Was ist das? Das war's für heute. Was mache ich? Oh mein Gott Arena Fässer Oder einfach Fässer Da rechts die Fässer schlage ich ein No fucking way dude Hallo Kyle Einfach Jump-Castle und dann Ranking auf SS raushauen Ja Ist leider kein Devil May Cry Das hier ist True True Endgame Zu krass man Ich muss meine Hand schoben Moment ich brauche irgendwie Ich muss den Skill hier nehmen Mit Auto Rapid Fire Oh mein Gott What? Gut 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Keine Chance Kann ich Arena irgendwie abbrechen? Oder muss ich immer warten? Ich muss immer warten, oh mein Gott Ich mach nicht genug Damage Kommt drauf an Es braucht andere Art von Game Bringt Berserk mehr als das Feuerding Berserk ist halt ein Attack Buff Das Feuerding greift ab und zu nochmal an Ich hab definitiv zu wenig Damage Berserk ist Ich hab 1068 Und mit Berserk hab ich Hä? Wo seh ich das? Equip plus 208 Hm Ich muss einfach voll auf Attack gehen Ich probier mal eben Welche Waffe hab ich denn Die gelevelt ist Den Speer, ne? Vielleicht ist der Speer besser Nee, viel zu langsam Dolche Aber die Dolche haben kein Keine hohe Attack bei mir Nee, viel zu wenig Es ist der Stab Der Stab ist einfach Hat am meisten DPS Not even close Okay, dann machen wir folgendes Ich hab glaub ich die Idee jetzt Ähm Ich hab' Das war's. Wo ist dieser scheiß Upboard Slash, I don't get it Esoteric counter attack Das ist, ja ja, das ist viel aber viel crazier als du denkst Kyle, also ist komplett absurdes Game, ganz ganz große Empfehlung von mir, ist richtig richtig gutes Game, wie heißt dieser Move, wo man press and hold attack a little, well on the ground press and hold attack button plus x a little Das ist der, oder? Ja, okay Jetzt kann ich nämlich Button gedrückt halten Ja, okay Das hier ist halt grad optional, was ich mach Kyle, das ist Arena, da geht's einfach nur um die Challenge zu optimieren Oh, jetzt sollte, jetzt könnte ich den Clear haben, wenn ich den verkacke Skill um, ah stimmt, hätte ich machen können, ja 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 Das war's für heute. 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 Okay, 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 okay. Das war's für heute. 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 Ich glaube, die Zeit ist in Ordnung. Ich vermute es clear. Ja, ja, easy clear. Oh, let's go. Okay, good shit. Thorn badge. Immer noch nicht fertig, man. Gotti Godzilla. Oh my god, what is that again? Of course, zwei von denen. Oh my god. Oh my god. wo ist auto attack hier auto rapid fire das sind übrigens die sachen die du hier siehst kyle die musst du alle anlocken indem du waffen schilder und armors levels die haben die haben auch noch eigene xp bars und so weiter ist ein sehr verrücktes game ich bin schon im endgame quasi wenn du das jemals spielen solltest spoiler potenzial im moment einen moment skills vergessen den hier wieder hier ist egal das lasse ich fucking darkness man ich glaube ich brauche kein darkness für den fight geht auch so ich bin wieder zu gierig ich so Ich sollte einfach nur... Oh mein Gott. Ah, jetzt muss ich Anulis nochmal machen. Fuck it, ich sterb einfach. Oh mein Gott. Das war Mity. Der hat mir ein Mity gegeben. Ich muss umskillen. Ich brauche mehr HP. Das geht so nicht. So. 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 anmachen, weil ich mehr HP habe. Und ich ziehe mir glaube ich einen Schutz gegen Petrify an. Moment, das machst du auch noch. What the fuck hat mich da wieder zerlegt? Oh mein Gott. Ich bin schon eineinhalb Stunden live und mache nur Arena, das ist ein bisschen cringe. Es tut mir leid, kein Content heute. Wobei es ist Content. Ich bin der End. Das war's für heute. Oh, ich hab mich geintet, also legit, das schlimmste sind die Fußstampfer gerade. Like what the fuck? Oh, ich hab mich geintet, also ich hab mich geintet, aber ich hab mich geintet, das ist das Problem. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht immer direkt unter denen stehe. Es war zu früh. Mir fällt gerade ein, wir könnten gegen die ganz Großen. Ich hab mich geintet, also ich hab mich geintet, das ist das Problem. Wie man sieht, Tiger schlägt Rache. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn da vorbekommen, ich hab's schon vergessen. Ah, nein, den hier, den Eagle Ring. Slipping forward. It turns back steps into forward steps. What the fuck? Ja, okay, das ist auch cool. Full recovery effect plus. Okay. Immer noch nicht fertig. Labor. Oder labor. Labor. Without sustaining damage. Of course. Blutkörper. Coronaviren. What the fuck is this stage? Okay. Okay. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, das geht aber auf jeden Fall. Okay. 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 Ich habe die Antikörper am Start. Das war aber unerwartet sehr einfach. Corona besiegt, Gott sei Dank. Wir machen gerade, wir sind in New Game Plus und mein New Game Plus ist kein übliches New Game Plus, sondern Aliens haben invaded und ich mache gerade den Arena Content. Und Arena ist eh immer optional, also es ist keine Story und so weiter, immer noch nicht fertig, fuck me. All Stars. Oh oh, ich habe, ich habe Angst. Sind es die, die, sind es die Ki- Es sind die Heroes. Ich muss gegen die, oh, das war schon voll zu lästig gegen die. Es sind echte Heroes, Mann. Ja, natürlich heilt sie. Ich meine, die ist ja auch die Priesterin. Oh mein Gott, das ist fucking impossible, glaube ich. Anulis ist auch da. Anulis ist auch da. Ich kriege einen Anfall. Oh mein fucking Gott, Anulis ist eigentlich auch da. Oh, no way, Anulis ist da. What the fuck, Mann. Fehlt nur noch Gao oder so, der müsste auch da sein. Ah, Gao ist ja da. Gao ist ja da. Ist der Young Gao. Oh mein Gott. Kuro und Shiro fehlen noch. Die Priesterin ist... Dieses scheiße Rest, Mann. Das war nicht alleine. Ist das wirklich etwas Ich, Mann. Ah, nein nicht. Es ist schön, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mind, Gott. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Habe ich Darkness noch an? Ah ja, ich mache es wieder aus. Ne, ich lasse es an. Ich muss einfach nur wieder das... Aber dass Anulis wieder dabei ist, macht das Ganze so zum Kotzen mit ihren scheiß Abilities. Ah ja, ich mache es. Das ist impossible. Das ist impo... Wie, wie, wie... Ich muss... Wie heißt die... Klode irgendwie? Keine Ahnung. Ich habe den Namen vergessen von der Priesterin. Ich muss die in die Corner bekommen. Anders geht es nicht. Anders habe ich gar keine Chance. Oh, holy shit. Das ist ja... Wie Bon gesagt hat. Das ist true cancer. Das ist ja... Das ist ja... Wie, 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 wie ... Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauche ein besseres Schild. Was bringt mir das Schild? Was bringt mir das? Das bringt nur Stats. Das hat zu wenig Guard. Ich brauche eins mit viel mehr Guard. Das hat 100 Guard. Das hat 80 Guard. Ich nehme das hier wieder. Die Consumables, ja, die reichen aber noch. Ich brauche eh nicht so viel. Aber ich gehe gleich shoppen. Danke für den Hinweis. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott, ich wurde gesniped, also what the fuck, man, oh, cringe. Ich hatte schon zwei down, ich hatte schon zwei down. Ach, ich kann die nicht kaufen. Wo kann ich denn Recovery kaufen, die für mich nützlich ist? Bei Mokyu? Alter, wir können auch Gacha spielen. Trinket Slot plus eins, genau was ich jetzt noch brauche, mehr Combat Power. Und eine Stone Badge. Stone Badge, hier. Hitting Power plus Dispatch increases the force of the hit attributes normal attack. Okay. Defense, achso, ich brauche das hier, Warned Attacks, natürlich. Dogo Fruit. 4000 HP. HP, okay. Ganz schön teuer. Ich kann auch nichts verkaufen, ich brauche ja die anderen Sachen, ne? Zum Leveln, glaube ich. Diamond, Emerald. Whatever. Genau. Rain. Rain. Reabilcence. Okay, let's go. Verkackt, aber egal. Ich muss das so machen, dass die am Anfang nach hinten läuft. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Really? Oh, Jesus Christ. 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 Oh mein Gott, wenn Anulis reinkommt, wird es zu schwer. Oh mein Gott, wenn ich mich nicht mehr so schaffe, kann ich mich nicht mehr so schaffe. Das war's für heute. Anulis ist hier, fuck CD. Okay, Sylph ist an. Ah, das kann ich ausmachen. Break Damage Increase bei 1.5, mach ich auch mal an. Weil Break hab ich oft genug. Okay. We'll do the shield based cooldown time. Let's fucking go. Das ist genau was ich brauch. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, Anulis kommt. Oh, fuck me. Anulis ist zu schwer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich mach was anderes jetzt. Der Hero war die ganze Zeit noch hinten. Fuck. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich glaube, das ist Cancer. Also, ich mach noch zwei Tries oder so und dann mach ich Pause für heute. Ich wollte nur noch zwei Stunden streamen. Ich hab eigentlich gedacht, ich mach Content, aber Arena ist wie immer der Content Killer. Aber es ist ja Content. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott, der Arrest, der Arrest debuff der ist zu hart, der ist der der mich killt da im Moment Wow, Miete kassiert Okay Oh mein Gott, ich habe es noch eingegeben, okay, Last Try, dann mache ich Pause für heute Maybe spät am Abend nochmal, aber unwahrscheinlich, kommt drauf an, ob die anderen Dothar spielen wollen Oh mein Gott Okay, es ist was es ist Ich speicher auch nicht, aber ich habe davor schon gespeichert, glaube ich Ja habe ich, okay, dann danke fürs Zuschauen Jungs, maybe bis heute Abend, ansonsten bis morgen zu gewohnter Zeit, ne? Tschö tschö Okay 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 Okay